Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici Was erwartet uns die kommenden Tage im Zeitraum von 18. September 2017 bis 24. September 2017? Wir werden Informationen erhalten oder Nachrichten. Wir sollen achtsam sein, das entspricht nicht die Wahrheit. Da jemand versucht, uns zu erziehen, Strenge zu zeigen, und das müssen wir nicht unbedingt gefallen, worauf wir noch achten sollen, unserem Selbstwertgefühl, unserem Selbstbewusstsein und in diesem Vertrauen bleiben. Wir brauchen ein selbstbewusstes Auftreten und zeigen, wir sind ein Kopf größer. Und das war meine Botschaft in die kommenden Tagen. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.